Hallo und herzlich willkommen zurück zu Raft. Wir sind dabei unser Schiff noch ein bisschen weiter auszubauen. Wir sind natürlich auch auf dem Weg zur nächsten Insel. Ein Holz fehlt mir noch. Da wird das ein Holz drin sein. Und das gleiche machen wir natürlich noch auf der anderen Seite. Oder auch nicht. Wir brauchen Holz, 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 Holz und Kunststoff. Das sind die zwei Sachen, die wir uns sehr dringend brauchen. Heute ist kein Problem, Holz wächst da hinten. Aber wir haben ja immer noch das kleine Problem. Das ist wirklich kein Holz mehr oder was. Gut. Da muss der Baum jetzt dran glauben. Oder wir haben in den Kisten hier noch Holz. Ja, guck mal hier. So. Das ist mir natürlich nicht passiert, dass ich hier runterfalle. Jetzt ist alles, wenn irgendein Motor Probleme macht. Oder wir haben zu viel gebaut. Kann sich auch sein, aber kein Problem. Wir haben ja noch Motoren. Glücklicherweise. So. 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 figuren es nicht. Am Schluss baue ich die Motoren dahinter hinein, da ungefähr wir sie brauchen. mit karten kurz hin dass es wieder hell ist dann werden wir was trinken das war das falsche wasserscheiße das wasser hab ich nicht gedacht aber doch ja dann was zu essen mach ich hab ich hab durst aber die ist auch gleich schnell das heißt also ich finde den nächsten neue batterie bauen ich will gerade wissen wie weit wir noch sind ich bin vorhin nämlich weiter hingefahren ja noch 700 meter es passt da in der motorbie noch nicht so ganz so beziehungs wenn sich da die netze abbraucht kann ich sie hier entfernen wir haben es gibt immer was zu tun hier so jetzt brauche ich holz was haben wir nicht? holz also wieder trinken wir das falsche wasser so dann gehen wir ein bisschen holz packen hier ich brauche natürlich auch hier mit der plantage ich brauche eine ganz große holzplantage dass wir viel holz haben so keine irgendwer da kam jetzt nichts draus ich erstmal noch nicht klein ich schalte hier und ich habe übrigens auch keiner mehr als treibstoff das heißt also ich müsste demnächst ähm honig wissen was ich baue jetzt in so einen bienenstock viermal ton ton hammer zwei scharniere werden wir auch kriegen da ist schon ein scharnier zweites scharnier ne den haben wir gar nicht so jetzt wir haben irgendwo noch ein scharnier ich möchte ganz gerne nicht äh zwei aber kein problem wir haben irgendwo noch bienen gehabt ja problem planken das haben wir jetzt planken dazu brauche ich holz was haben wir nicht? holz wo ist eigentlich der ganze müll hingekommen? gibt es ja keinen müll mehr oder was? da muss ich doch irgendwo Müll geben jetzt habe ich doch irgendwo Samen gehabt ich muss hier gerade mal kurz hier kommen wir mal vorwärts ich habe das Gefühl wir kommen wir gar nicht eigentlich gar nicht eigentlich gar nicht radio wir wollen uns doch suchen laufen wir fahren die ganze zeit rückwärts ich will auch vorwärts fahren wir fahren ja coi ja wo wir wo wir Oh, kein Wunder, dass wir an kein Mühle mehr kommen, wenn wir in die falsche Richtung fahren. Ich muss gerade mal kurz gucken, was hier bei der Wiese sagt. Müssten wir mal ganz stark drehen. Ja, in der Richtung bleiben wir jetzt mal. Nach der Insel müssen wir so abbiegen. So, jetzt habe ich irgendwie die Samen getan. Hier drei Blümchen. Die müssen natürlich jetzt auch wieder bewässert werden. Jo, wir haben ja kein Sprit mehr. Leider kein Sprit mehr. Ja, sorry Motor, aber wir haben wirklich kein Sprit mehr. Uns ist nämlich das Holz ausgelöst. Obwohl, kaum wisst ihr was. Ich besaue uns jetzt mal ein bisschen Holz. Auf der Insel hier gibt es zwar ein Viehholz, aber das ist jetzt gar nichts. Jetzt sieht es langsam aus wie ein Schiff meiner Meinung nach. Also auf der letzten Insel, wo ich war, gab es keine Kiste. Was ich komisch finde. Metall. Bauen wir für Nägel. Sand nehmen wir auch mit. Klipper nehme ich jetzt keinen mit. Davon habe ich jetzt genug. Aber wir brauchen viel Metall. Nägel zu machen, damit wir hier noch ein paar Netze machen können. Ich muss gerade mal kurz auftauchen. Die haben jetzt nur gegessen, dass wir wieder Platz haben im Inventar. Denn Kupfer ist wichtiger als Kartoffel. Kartoffeln finden wir ständig. Ich hoffe, dass es da irgendwo hingeht. Nein? Gut, okay. Da ist doch keine Höhle. Und? Ne. Doch da. Das niemals nie. Und? Voila. Planiere. Sehr gut. Gut. Die Höhle ist doch noch gefunden in der Insel. Wir sind eigentlich nur da hingekommen wegen Holz eigentlich. Aber wenn wir schon da sind, können wir gleich hier noch... Jetzt müssen wir auch wirklich Holz holen gehen. Und zwar gesche ich das noch, Holz mitzunehmen. So, die Mago können wir gleich schon mal futtern. Dann bringt mir jetzt wieder ein bisschen Energie hier. Lass ich mal damit trinken. Ohne Kokosnuss, die brauchen wir jetzt zum Kochen. Und die Palmenblätter werfen und weg davon haben wir genug auf dem Schiff. Die dürfen nicht essen. Wir dürfen aber die hier essen. Jetzt haben wir keine Durst mehr und wir können weiter Holz vernichten hier. Hier eine Kokosnuss und hier habe ich jetzt nur zwei Flanken Holz gelegt. Ja, sie war ja ok, die waren jetzt so erfolgreich wie gedacht. Aber wir wollten eigentlich nur Holz holen gehen. So, jetzt geht es weiter. Ich weiß nicht wo, ich habe das kurze Spiel mal hier beendet und neu gestartet. Aber irgendwie, wenn das Spiel neu startet, ist Bruce weg. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei mir ein Bug ist. Oder ob ich meinen PC neu starten muss, das weiß ich heute nicht. So, das nehmen wir auf jeden Fall mit. So, du kriegst jetzt erst mal gleich frisches Wasser. So, jetzt kann es weiter gehen. Das werde ich nur zu der Insel kommen, weil ich die ganze Zeit hin wollte. Aber wir haben jetzt wieder Holz. Wir können jetzt ein Vogelhaus noch bauen. Ähm, Bienenhaus natürlich. So. Und natürlich. Und natürlich. Schauen wir auch wieder das Wasser anbauen hier. So. So. Und natürlich. So. 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 Ah, guck mal da. Cool. ähm, was wollte ich jetzt machen? ah ja, ich baue hier wieder Melonen ah, guck, jetzt kommt nicht auch der ganze Müll wieder zu uns was wollte ich jetzt du scheiß Mistvieh so wir tun mal hiermit gar nichts einschmelzen weil wir das Holz noch für was anderes gebrauchen können ich bin jetzt aber auf der Suche so, klasse haben wir auch irgendwo noch da können wir uns nämlich ein Honig-Ding bauen genau nachdem ich auf der Suche hier na guck, da kommen nämlich die ersten Bienen schon da war kein Glas drin, da ist auch keins drin ey, uns fehlt zur Zeit an allen Sachen ich weiß auch nicht, was los ist ich glaube, wir müssen doch die Schmerzen anmachen aber wir müssen leider, denn wir brauchen so einer wie ich auch mal so bauen so ein recycler aber wir wollen jetzt eher ein Honig-Glas bauen denn der Honig brauchen wir nicht für Treibstoff zum Herstellen so ein bisschen dann wir brauchen dann wir brauchen Aber ich glaube Kokosnusssamen haben wir keine gekriegt, oder kann ich da eigentlich auch? Ne, ok. Da brauchen wir auf jeden Fall jetzt erstmal ne Palme. Bin ich am Suchen irgendwie, hab ich schon das Gefühl. Da wollte ich doch hingehen. Ah, guck ich hab doch gewusst ich hab irgendwann noch Glas. Weiß denn die falschen Samen? Die suche ich nämlich. Jetzt muss ich gucken wo ich den Honighin getan habe. Ja, ich weiß, Ordnung ist die halbe Miete. Oder Ordnung regiert die Welt. So. 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 So, jetzt müssen wir was Essen. Ah scheiße Batterie ist leer. Nicht gut, denn brauchen wir ne neue Batterie. Geht richtig wieder Rohstoffe. wir brauchen okay gleich nur zwei batterien die richtung ist irgendwie steuern wir immer in die falsche richtung kann ich mal die motoren gleich wieder an wir wollen jetzt wir wollen die insel fahren nein 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 das war auf gar keinen fall so jetzt habe ich wieder die motoren habe habe ich das gefühl also meine freunde motoren wieder an machen keine planten mehr da hier guck mal da jetzt müssen motor wieder an machen ich muss auch mal kurz mal hier in vitam a bisserl leer machen hier ich glaube die wollen meine star mit haben äh meine blume mit haben und das gibt es mal eine andere eine andere farbe ähm Ah ja... Ich kann nicht blüten... Ich habe doch viele Blütenstarten gehabt. Ah, hier... so kann es sein wir haben ganz großer mangel an holz aber richtig großer mangel an holz das ist nicht aufgefallen ist ganz großer mangel an flankenhammer aber wir haben noch vier netze das kurz wissen der ich wieder hin und fertig bauen irgendwann mal netz netz jetzt 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 kochen aber kochen interessiert mich im moment nicht wir haben nämlich eine andere mission zu erfüllen wir müssen treibstoff irgendwie hinbekommen wenn wir keinen treibstoff nämlich nicht haben haben wir auch kein wenn wir keinen hohen kopf haben wir auch keinen treibstoff so rum wollte ich sagen gar nicht dann verliert irgendwie jetzt schon wieder die blöden palms da da sind sie doch ja gott nochmal jetzt ist das wieder eine ein Das ist ein Rau C hier. So, was bauen wir für Netznegel wahrscheinlich? Nägelseile. Da müssen wir es jetzt erstmal hier weiter machen. Es spürt mehr. Sehr gut. So. 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 city. so. ixi dabei gewisse zeit ich gucke dann mal was liegt warum wir die netz sehen euer gris auf die 68